Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es diesen dramatischen Smoky Eye Look und zwar mit nur drei Lidschaden. Und wenn ihr interessiert seid, wie ich das gemacht habe, dann bleibt dran. Als allererstes nehme ich meine Z-Lieblingscreme von Clinique. Die ist tatsächlich mein absoluter Favorit, denn das ist die Creme auf Gelbasis und mattiert die Haut super gut, aber lässt sich trotzdem auch noch strahlen. Und das Make-up gleitet auch sehr gut auf der Haut und die ist auch super gut geeignet für meine sensible Haut. Denn ich hatte ja, wie ihr schon wisst, ziemlich große Probleme dadurch, dass ich die Haut überpflegt habe. Und auf diese Creme reagiert meine Haut Gott sei Dank gar nicht. Und als nächstes bereite ich mein Gesicht auf die Foundation vor mit meinem neuen Primer von Bare Minerals. Primetime Original Foundation Primer. Ich bin übrigens absolut begeistert davon, denn das ist ein Primer, der die Poren wirklich verkleinert und das Make-up länger halten lässt. Ich hatte diesen Primer letztens auf meinem Workshop probiert und die Mädels waren sehr begeistert davon. Ich gebe die meiste Menge auf die T-Zone und dann verteile den Rest, was auf den Fingern übrig geblieben ist, auf dem gesamten Gesicht. Und dann nehme ich mein neues Produkt, das ist All Over Glow Liquid Bronzer Liquid Highlighter, würde ich fast sagen, von Pure. Und trage den Highlighter komplett auf dem gesamten Gesicht. Denn er gibt mir einen Glow sozusagen von innen. Also wenn ich jetzt gleich meine Foundation auftrage, strahlt das Gesicht von innen und hat nicht diese verrückten Glitzerpartikel auf dem Gesicht, sondern es ist einfach nur ein Glow. Wenn ihr zum Beispiel keine Foundation tragen wollt, vor allem im Sommer nicht, könnt ihr alleine diesen Bronzer, diesen Highlighter tragen und die Haut sieht gesund aus, sieht frisch aus. Und wenn ihr keine Unreinheiten habt, die ihr unbedingt abdecken müsst mit einer Foundation oder mit einem Concealer, dann reicht auch völlig dieses Produkt. Das ist echt richtig schön. Und das ist Naturkosmetik, also sensible Haut ist auch sehr, sehr gut damit bedient und ich reagiere auch selber gar nicht auf dieses Produkt, was auch sehr, sehr gut ist. Denn alle anderen Produkte dieser Art, habe ich leider darauf reagiert und habe einen Ausschlag bekommen. Jetzt nehme ich meinen Bronzer von Bare Minerals. Das ist auch wieder eine Marke, die ich sehr, sehr gut vertrage und keinen Ausschlag habe. Deswegen für diejenigen, die Ausschläge bekommen, Unreinheiten bekommen oder irgendwelche Pigmentflecken haben, ist dieser Concealer nur zu empfehlen. Das ist Blemish Remedy Concealer von Bare Minerals. Ich gebe ihn direkt aus dem Stift auf die Haut und verteile den dann entweder mit meinen Fingern oder Beautyblender oder Kabuki Brush. So, und dann nehme ich meinen Kabuki Brush und klopfe den Concealer in die Haut ein. Und somit erziele ich ein schönes Hautergebnis, ohne dass ich Foundation benutzt habe. Ich würde sagen, dass der Concealer nicht gut für die Augenpartie geeignet ist, denn er ist echt sehr fest. Er ist vergleichbar mit dem MAC Studio Fix Concealer. Und den sollte man ja auch nicht unter die Augen geben, denn die Augenpartie ist echt sehr sensibel. Und man sollte natürlich leichtere Texturen nehmen. Wie zum Beispiel den Pro Longwear Concealer von MAC. Der ist super gut geeignet für die Unteraugenpartie und hält. Also er hält tatsächlich stundenlang. Ich habe jetzt ein bisschen helle Farbe. Also ich habe NC15, denn NC20 oder NW20 ist bei mir leer gegangen. Aber er geht auch noch, wenn ich den gleich mit meinem dunkleren Puder abpudere. Und dann benutze ich den Concealer auch als Lidschattenprimer. Gebe ein bisschen auf die Finger und verteile den mit klopfenden Bewegungen auf dem gesamten Auge. Und lasse den ein bisschen einwirken, ein bisschen trocknen, bevor ich den mit dem Puder sette. Jetzt nehme ich meinen Puder von, oder beziehungsweise meine Pro Foundation von Bare Minerals in der Farbe 12. Und ich habe hier auch ein Kabuki Brush dafür. Beziehungsweise der ist gar nicht von Bare Minerals, der ist von The Body Shop. Eignet sich aber auch super gut für diese Foundation. Und klopfe sie so in die Haut ein. Und gebe das Puder auch ein bisschen unter die Augen, damit die Unteraugenpartie nicht so hell ist. Ich kann diese Foundation auch nur empfehlen, denn die hält auch richtig lange. Und die Haut sieht super natürlich damit aus. Mattiert und eignet sich auch super gut für sensible Haut. Wie eigentlich alle Produkte von Bare Minerals. Also da könnt ihr echt nichts mit falsch machen. Das ist auch die Marke, die mir meine Hautärztin empfohlen hat. Und natürlich habe ich die sofort gekauft. Und bin echt mehr als nur begeistert davon. Jetzt mache ich schnell meine Augen mit nur drei Produkten und komme danach wieder zu der Haut. Als allererstes nehme ich mein Paint Pot Pro Longwear Taylor Gray von MAC. Und trage das Produkt auf dem beweglichen Lid. Mache das Auges auf. Und das dient mir als meine Grundierung, als meine Basis sozusagen. Es ist auch nicht so wichtig, ob ihr das ordentlich macht oder nicht. Denn wir verblenden das Produkt dann mit einem sauberen Pinsel. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus. Aber wenn wir das gleich verblendet haben in anderen Farben, sieht es sehr, sehr schön aus. Und auch auf dem unteren Augenlid. Dafür nehme ich aber einen kleinen Pinsel. Das ist der Pinsel 223 zu Eva. Und ich verbinde den Lidschatten bzw. den Primer mit meinem oberen Primer. Damit es so ein einheitliches Bild ergibt. Ich gehe nicht ganz so weit zum Innenwinkel. Denn wenn ich das mache, wirkt mein Auge ziemlich klein. Und wenn ich bis zur Mitte gehe oder ein bisschen weiter vorne, dann wirkt das Auge größer. Außerdem ziehe ich diesen Lidschatten ein bisschen weiter runter. Sodass es einen Smoky-Effekt ergibt. Klar sieht es ein bisschen verrückt aus. Aber wenn wir das jetzt gleich verblendet haben, sieht es schon anders aus. Und das Gute ist an diesem Paint Pot, dass er nicht abfällt. Also normalerweise, wenn man einfach nur einen schwarzen Lidschatten drauf macht, fällt er ab. Und wenn wir die Foundation vorher drauf gemacht haben, dann ist es ziemlich schwierig, die dann abzukriegen. Beziehungsweise man kriegt die ab, aber dann müsst ihr alles wieder von vorne machen. Deswegen eignen sich diese Creme-Lidschatten super gut dafür. Jetzt nehme ich meine Soeva Cocoa Blend Palette und die Farbe Beans Are White davon. Das ist eigentlich, ich würde sagen, grau-schwarz. Und einen flachen Pinsel. Das ist Sigma E55. Und jetzt wird der Lidschatten nicht so leicht abfallen, denn wir haben ja diese Creme-Base. Die fängt diesen Lidschatten sozusagen auf und vermeidet, dass der so schnell abfällt. Ich gebe den Lidschatten genau auf die gleiche Stelle, wo ich auch den Paint Pot aufgetragen habe. Mit klopfenden Begegnungen. Also ich verreibe den Lidschatten nicht. Denn dann habt ihr kaum Pigmentierung, aber wenn ihr das Produkt einklopft, dann ist der super gut pigmentiert. Sowieso die Soeva Produkte sind echt gut für den Preis. So, und der letzte Schritt ist, das Ganze zu verblenden. Ich nehme jetzt diesen Pinsel, das ist Soeva 228 und meine Verblendungsfarbe. Und heute wird es die Ho-Oh-Hawks, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, von MAC. Und verblende die Grenzen meines Lidschatten. Das heißt, ich muss diese ganzen Übergänge wegkreieren. Und das mache ich, indem ich diese Verblendungsfarbe nehme und die Grenzen wegkaschiere. Das ist übrigens auch die Farbe, die ihr über den Knochen bringen dürft. Die dunkle Farbe dürft ihr auf gar keinen Fall über den Knochen bringen. Den Knochen habt ihr alle, den müsst ihr nur finden. Die erste Farbe, beziehungsweise die Verblendungsfarbe, die muss man sehen, wenn man das Auge auf hat. Also, ihr seht das jetzt bestimmt auch. Und als nächstes tusche ich meine Wimpern mit meinem Estella oder Mascara. Ich trage jetzt die Wimpern auf und bin gleich wieder da. So, meine Wimpern sind jetzt drauf. Jetzt sieht es schon anders aus, finde ich. Jetzt bringe ich mein Gesicht zu Ende. Und zwar nehme ich wieder mein All Over Glow von Pure und trage den mit meinen Fingern auf den höchsten Punkt meiner Wangen auf. Da, wo mein Highlighter normalerweise hinkommt. Und verteile den dann mit meinen Fingern. Und jetzt nehme ich meinen Bronzer von Bare Minerals, den Invisible Bronzer in der Farbe Tan. Und wärme wieder mein Gesicht auf. Ich konturiere damit auch ein bisschen mein Gesicht. Und jetzt nehme ich mein Rouge von Bare Minerals mit dem gleichen Pinsel, mit dem ich den Bronzer aufgetragen habe. Das war der von Sigma E40. Richtig tolle Farbe, eignet sich für ganz, ganz viele Hautfarben. Und die meiste Menge gebe ich hier auf diese Wangenäpfelchen und verteile den Rest, was übrig geblieben ist, hin zu den Ohren. Und als allerletztes, was ich natürlich mache, sind die Lippen. Dafür nehme ich auf jeden Fall einen Nude-Ton, denn alles andere wäre ein bisschen zu übertrieben. Also ich schminke entweder immer ganz stark die Augen oder die Lippen. Und mein Lippenstift heute ist von Laura Mercier in der Farbe Angelic. Und klopfe den Lippenstift hier so mit den Fingern auf. Und das ist das Ende von diesem Tutorial. Und das ist das Ende von der Fingern auf. Vielen Dank.